Mitten im wunderschönen Aretal liegt Münsingen und mittendrin das Alterszentrum Schlossgut. Das Alterszentrum Schlossgut bietet an zentraler Lage helle und grosse Wohnungen mit Blick auf die Berner Alpen. Individuelle Betreuung und fachkompetente Pflege sind unsere zentralen Anliegen. Die Bewohnerinnen und Bewohner finden hier ein wohnliches Zuhause, wo Persönlichkeit, Würde und Respekt ernst genommen werden. Ich bin ein 20-Jähriger. Hört ihr das auch noch? Ja, forscht. Dreimal pro Tag wird in unserer Küche ein feines Essen frisch zubereitet. Das vielfältige und grosse Angebot unterstützt die sozialen Kontakte und lässt keine Langeweile aufkommen. Die Ausflüge und die kulturellen Abendanlässe mit Konzerten, Vorträgen und Diashows ergänzen das wöchentliche Programm. Eingespielte Teams sorgen im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf über alle Bereiche hinweg. Der Tierpark ist für Jung und Alt ein Anziehungspunkt. Sie sind herzlich willkommen und wir zeigen Ihnen gerne persönlich das Alterszentrum Schlossgut. Das Alterszentrum Schlossgut. Das Alterszentrum Schlossgut.